Okay, wo wollen wir durchcrushen? Auch durch Smaraktor? Jupp Vielleicht entscheidest du das so besser Ich habe schon mal einen Patch dafür, dass sie schneller fahren, aber geslowed werden können und dass keine Passengers Ich hänge in Kisten fest Ach, screwy Kein Witz, man wurde gesappt in den Kisten Ugh I hate my life so fucking hard Oh Vier Trotzdem tut Schlecht Wie schlecht Oh, wir haben Zweifahrzeuge durchgebracht Was? Ja, wir sind doch durchs blaue Gesang Die Nice Takte Hm Ich will mich etwas, screwy, wenn ich ein bleibes Das war nicht mein Verdienst, Crowder Das war nicht mein Verdienst Immer noch 2 5 Sekunden sogar nicht 5 Sekunden sogar nicht Wir müssen hier weiter, Crowder Ja Die einzige Hoffnung sind die Fahrzeuge am Gold Am Gold Trail sind Ja, unsere Fahrzeuge sind down Ja Ja In 18 Sekunden werden wir aber keins mehr hin Ja, wenn man das einmal geschafft hat, die aufzuhalten Dann geht's nicht mehr Weil diese Geschwindigkeit nutzt es einem nur, wenn man den beiden nach vorne fahren kann Ja Ich wäre fast nochmal gestorben, Crowder Mein Damage ist irgendwo weiter unten, wenn der denn so ist Ja Okay, auch Level Up hat nicht funktioniert Hast du schon diese Kern von den wütenden Samalmann gesammelt? Drei Stück Oh, bin ich nicht nur Das müssen wir auch nicht machen Kommt hier noch neue Area ab? Ja Oh nice Level Up und neue Area da Oh, dann fliegen wir zu City zu, das reicht bestimmt Ich sag mir nicht, du hast noch woanders irgendwas abzugehen Och, Crowder Ich bin so kurz vorm Vorm weinen Warum denn's, gell? Ich weiß noch gar nicht mehr, was ich mit Tirana mache Ja Green Spawn ist gut, das war immer gut Und Torbahn Was fliegt denn hier? Irgendwas hat mich angeschossen Ah, das Ding fliegt doch auf mich zu Verdammt Fantastisch Wie kann das sein? Wie kann das sein? Sein, Freunde... ist es weg? Hm Guckst du denn da? Ja, es war noch vom alten. Wie vom alten? Von Man of War. Ist vorher schon offenbar. Versustance? Ich suche nichts mehr Kursor. Also dem schnellsten Weg zu sterben. Ich siehst mal so, gleich zwei neue Areas, eine neue Inni. Und wir müssen nur ein Lärmung schaffen, wir sind schon in Norden. Ach, Norden. Ach, so ein Feind, den ich nie besuchte. In nächstes kann man noch einen Punkt verteilen. Mehr Kriegsperlen? Ich kann sagen, ich habe mehr Kriegsperlen. Ich kann sagen, ich habe keine mehr. Oh. Lebt noch einen Tag. Das ist ja nicht. Ich habe keinen mehr mehr. Habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Ich weiß nicht, ob ich aufpassen. So, wie viel war ich? 1.300. Das schaffe ich. Wie viel hast du denn? 7.490. Ist irgendwie ein Quest mehr? Ja. Das mit den Kriegsperlen wahrscheinlich. Das nicht abgeben kann. Das war neu. Ich kann nicht mal gucken. Jetzt grafen wir noch die Erfahrungen hier. Wieso, wir sind eh in einer Gruppe. Die ich so bitter nötig habe. Ja, ich würde ja wirklich so viel kriegen. Ja, dann schmeiß mich doch raus. Giri. Dann weiß ich nicht, was du sagst. Das ist mein tollster Freund. Will nicht mehr mit mir spielen. So. Das hätte ich geschafft. Ach. So. So, Flug nach Shandamuntal. Wuh. Wuh. Willst du schon mal Battleground wieder eintragen? Wuh. Sagen wir mal, ich hab... Wich hab Dungeon denn? Wuh. Dump... Woh, 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 woh. Scooby. Dampfkammer, Botanica-Mechanat, zerschmetterte Hallen, und Schatten-Laberin. Das stimmt. So. Einfach die Reihe nach. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Tank bin. Weil ich will die Gruppe ja einen anderen Tank haben. Was denn? Komm wieder. Ich muss noch Tanks backen. Weil ich es eben nicht mehr hingekriegt hab. Fühlt mir leid, wenn ich frage, aber Quests gibt's hier nicht mehr. Wir haben doch eins. Diesen letzter Typ zu finden, der ist wahrscheinlich hier. Ich bin nicht Verteidigungsvaldo, aber wen wundert es hier, wen wundert es hier. Ich kann die Akro gegen den Turi so lange scheiden, hm, Case, Alter wirst du das nicht. Dann wäre ich schon Level Up dann durch die Inis. Hm, ich will uns ja wenigstens so 10 Quests oder so in den Kriegen zeigen. Ich weiß ja nicht, kann man wirklich schon ab 68 nach Norden? Ich glaube. Also nicht nach Norden, aber in die Inis. Oh shit, Inis. Oh. Oh. Entschuldigung! Das ist nicht so. Das ist ne ziemlich harte Indie, japp, dann kann man das mir schon, sind wir auch Stufe 70. Müssen Wege aufpassen, mit diesen großen Wenger, die waren scheuer nicht damit. Gut, 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 gut. ja es ist geil auf 68 dann wieder so ein schub im prinzip für zwei level und dann muss man bis 80 durchmachen naja das ist nicht so tragisch weil man da dann schon sozusagen im endspurt ein bisschen naja ja man ist nicht mehr so unrealistisch weit entfernt man könnte sozusagen bis 85 60 70 stunden also dann schaffen sozusagen am stück sind nicht mehr die jüngsten früher weil das kein problem gewesen da konnte man auch österreich und 60 stunden erobern er ist aber immer seriously den todesritter sollte lieber tanken weil ich kriege keinen akku von dem das ist ja nicht schlimm ich kann ja nicht hin dann kannst du hier ne ja 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 ja